Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adrenalin und wir stehen vor der alles entscheidenden Frage, was ist hinter der Tür? Und wir fragen, was hinter der Tür ist. Jenseits dieser Tür, das Oberhaupt lacht hohl und wählt seine Worte wohl mit äußerster Sorgfalt. Die Wahrheit von Jigd, Rassil. Werdet ihr das Geheimnis des Labyrinths endlich lüften? Sein Tonfall wird grob, als ob er euch für eure Dreistigkeit zu fragen und rügen wirkt. Er wollte, wenn ihr wissen wollt, was ich weiß, dann lasst euch nicht aufhalten und geht durch die Tür. Aber wenn ihr euer Leben nicht für die Wahrheit aufs Spiel setzen wollt, dann bleibt hier. Der Mann verstummt und verschwindet langsam hinter der vor euch lehenden Tür. Tretet an, aber seid gewarnt. Im Tausch gegen euer Leben sage ich euch das Geheimnis. Nach diesen Worten schließt sich die Türgeräusche voll. Euer Herz gehofft, ihr überlegt hin und her, was ihr jetzt tun sollt. Ihr habt noch genügend Zeit euch in der Stadt vorbereiten, bevor ihr den Oberhaupt fragt. Und hier vor allem die Map zu komplimentieren. Ähm. Ja. Ich meine, wir machen Speichern. Zeichnen die Tür ein. Hier die Map. Nochmal gut einprägen. Und jetzt gehen wir rein. Ihr holt das Stück Metall hervor, das ihr von den beiden Abenteuerinnen erhalten habt. Als ihr es in der Nähe der Tür bringt, hört ihr, wie sich einschlossend regelt. Öffnen. Reindau. Vor langer, langer Zeit blühte eine Zivilisation, die unsere überlegen war. Ihre Bewohner hatten sämtliche Rätsel der Welt gelöst und besaßen eine göttergleiche Macht. Sie nannten sie Wissenschaft. Die Menschen erhoben sich über die Natur und das Leben selbst. Doch ihre Technologie warf auch finstere Schatten über ihre Zukunft. Immer mehr ihre Analysen und Prognosen kündeten von ihrem eigendrohenden Untergang. Indem die Menschen die Umwelt zerstörten, machten sie ihren eigenen Lebensraum zunichte. Die Gefahr wurde zu spät erkannt und der Klimawandel forderte Milliarden Todesopfer. Die Menschheit stand vor der Auslöschung, doch einige wenige kämpften unnachgiebig weiter. Das Yggdrasil-Projekt sollte die Natur durch Technologie retten und sogar verbessern. Benannt nach diesem mythologischen Lebensbaum hoffte man, die verseuchte Erde reinzuwaschen. Der Forschungsleiter sammitte unermüdlich Daten, die in das Projekt einfließen sollten. Doch währenddessen nahm das Sterben weiter seinen Lauf. Der Forscher verlor seine Kollegen und dann bald danach seine Frau und sein Kind. Doch er gab nicht auf, er setzte seine Forschung fort. Schließlich gelang es ihm, ein Heilmittel für das Land zu synthetisieren. Doch seine Experimente ergaben, dass eine komplette Erholung noch Jahrtausend dauern würde. Das Yggdrasil-Projekt erforderte mehr Zeit, als der Mensch erblieb. Der verzeifelte Forscher erwog seine Optionen. Als letzter lebender Wissenschaftler musste er die Früchte der gemeinsamen Arbeit abbezeugen. Um das Werk zu Ende zu bringen, nahm der Forscher Yggdrasil Macht in sich selbst auf. Er nahm seine Menschlichkeit auf und vereinigte sich auf ewig mit diesem großen Weltenbaum. Ist das der Wissi? Nee, das ist der Weltenbaum. Und in der Mitte sitzt er. Hier ist der große Forscher. Dieser Mann war ich. Ich bin Yggdrasils Wächter, der einzige Überlebende meines Zeitalters. Ich leitete das Projekt zur Genesung der Erde und diene nun als Verstrecker der Götter. Abenteurer, die die Geheimnisse des Yggdrasil-Labyrinths sind, war ich nun bekannt. Leider sind diese Geheimnisse zu problematisch, um sie in ihrer Obhut freizugeben. Ich hege kein Gräu gegen euch, aber ihr dürft das Labyrinth nicht leben. Verlassen. Jetzt geht's auf, ja. Sterbt nun und nährt das Land mit eurem Blut. Lebt ewig fort in Yggdrasil. Yggdrasil-Labyrinths erscheint. Ich mache jetzt erstmal einen normalen Angriff mit, die ihn geboostet sind und dann... Schauen wir mal. Na, vielleicht reicht das schon aus. Ich glaub's, nicht, aber... Sieht das noch Feuer aus? Hm, wir wissen es nicht. Feuer. Bestimmt Feuer. Feuer ist immer gut. Hm, 30 Schaden. 1500 Schaden. 2235. 1035. Uh, 8. Uh, der macht uns sogar 28 Schaden, Leute. Hm, machen wir mal Entdeckung hier gleich. Hm. Ganz ein schwerer Gegner. Es ist ein ganz, ganz ein schwerer Gegner. Ja. Okay, Gesundheit wird generiert, genau. Das war so ein bisschen das Problem von ihm, dass er sich halt hier hin konnte. Okay, Mut. Unsere Strecke steigt. Schaden aufgehoben. Cool. Entfernen Statusvorteile. Ich glaub, das ging am Plan. Dann bin ich besiegt. Vier Runden. Leichentuch. Das ist ein bisschen heavy. In der Ferne zerbrach etwas. Mit diesem kurzen, aber klaren Geräusch endete ihre Welt. Der Körper von Edrias Oberhaupt rollte vom mächtigen Baum Yigdrasis herunter. Die Gefühle, die dem Baum Kraft gaben, schwanden, dies war auch am Leib des Oberhaupts sichtbar. Nach tausend Lebenjahren lag seine kalte Hülle bewegungslos zu ihren Füßen. Yigdrasis regte sich nicht mehr. Sie konnten nicht wissen, wie viel der zerstörten Welt gereinigt worden war, aber sie beschlossen nicht aufzugeben, den Hindernissen waren, dazu da überwunden zu werden. Nach der langen Reise fürchteten die Abenteurer keine Herausforderung mehr. Ein Abenteurer war zu Ende, aber sie schlossen einen Pakt. Von nun an wollten sie die Erde retten und Yigdrasis Wahrheit an andere weitergeben. Kommen sie die Credits? Ja. Habt ihr schon gehört? Einige Gründer haben endlich das Geheimnis des Labyrinths gelöst. Ihr kennt sie. Ich wusste immer, dass sie es schaffen können. Bereiten wir ihnen ein großes Willkommenshause. Die Erkunder sind also munter aus dem Labyrinth zurückgekommen. Das Oberhauter ist aber verschwunden. Er ist gestorben und ihn besiegt. Upsi, auf Spanier. Diese Stadt war eins das ganze Leben des Mannes. Es muss einen guten Grund geben, warum er nicht zurückkommt. Hä? 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 Ich verstehe. Dann müssen wir anstelle des Oberhaupts über Edria wachen. Ey, die leben noch. Das würde ihm gefallen. Wir werden dazu beitragen und sind gespannt, was Leilas noch vorhat. Okay. Jetzt kommt der Abspann. Okay, Leute. Das war der erste Teil von Edria Nordicai. Gespielt habe ich das erste Mal so circa mit 8 Jahren. 8-9 Jahren, würde ich mal schätzen. Damals auf dem DS. Also ich muss sagen, das ist halt mal... GG, danke. Es ist was anderes. Also ich kenne kein Spiel, wo man sonst so eine Karte malen muss und praktisch so sich... Es ist totgezockt, ja. Ähm... Ja, wo man halt die Karte zeigen muss und wo man hier so sein Team so selber gut zusammenstellen kann. Ist schon cool. Ich mag insgesamt ja immer so rundenbasierte Kämpfe. Merkt man ja auch an Dragon Quest. Insgesamt an den Spielen, wo ich spiele, merkt man das, glaube ich, schon stark, dass ich das mag. Ähm... Insgesamt fand ich das Spiel schon sehr cool. Nur das mit den Spielmodus hat halt überhaupt nicht gepasst. Picknick war zu leicht, einfach zu schwer. Was macht man dann? Ja, das hat das ganze Spiel halt dann so ein bisschen den Reiz auch genommen. Deswegen fand ich das jetzt nicht so gut. Ich fand das damals auf dem DS oder auch auf dem 3DS, wo ich es halt leider nur auf Englisch habe. Ähm... Finde ich es besser. Weil einfach der Spielmodus, da gibt es einfach was dazwischen. Zwischen... Du brauchst eigentlich gar nicht erst antreten zum Kämpfen. Und... Den Kampf kannst du gleich skippen. Also... Das ist halt, ähm... Ein bisschen schwachsinnig jetzt gewesen. Aber ja, also ich bin gespannt auf die nächsten zwei Teile. Habe ich mir nämlich gleich im Pack geholt. Werden wir dann auch demnächst spielen, als wenn es einfach passt. Also es, denke ich, dauert noch ein bisschen. Jetzt haben wir das hier durchgespielt. Aber mich reizt dieses Spiel schon immer mal wieder. Das Spiel so mindestens alle... Einmal im Jahr, alle zwei Jahre. Ich packe das oft aus. Ich habe es auch schon oft durchgespielt. Halt in Millennium Girl. Ähm... Dann spiele ich das halt wieder. Dann spiele ich das halt auch ein paar Tage durch. Und dann passt das wieder für ein Jahr. Und dann... Irgendwann wird es dann wieder herausgeholt und nochmal durchgespielt. Und ich habe es bestimmt jetzt halt schon... Millennium Girl habe ich fünfmal, glaube ich, durch. Ja, insgesamt... Mega cooles Spiel. Ähm... Stories, Missionen. Teilweise sind die Missionen halt richtig schwachsinnig mit den fünf Tagen überleben. Also wie gesagt, hätten auch drei gereicht. Ja, wollten wir halt extra... Wierig gestalten. Insgesamt, ähm... Wie gesagt, mir gefällt das Spiel. Es kennt keine alte Saude-Spiel. Wenn ich das irgendjemandem in der letzten Zeit geschrieben habe, dass dieses Spiel so... Hey, was ist das? Ähm... Wie gesagt, schon oft durchgespielt. Zwar in anderen Versionen, aber... Im Großen und Ganzen bleibt das Gleiche. Außer es hat das Ende. Ähm... Bei der Millennium Girl... War der Visiel ein bisschen... Ein bisschen anders hat er getickt. Also grundsätzlich, die Story war fast dasselbe. Aber ja. Schön hier einen Einblick gehabt. So gerne. Bin. Also das Ende. Die Ende des Spiels speichern. Ja! Oh, wir haben ein Sternchen in den Namen. Hm. Das Labyrinth verschränken sie alle. Ja! Oh, okay. Ich kann hier so ein Spiel Plus anlegen. Neues Spiel, wenn ich das mache. Äh. Ich wollte nichts machen. Ich wollte eigentlich Spiel laden drücken. Ich wollte nur schauen, warum das bringt. Ja. Wollte ich. Ähm, laden das mal. Schauen wir, ob es neue Missionen gibt. Ja. Und zwar müssen wir den Wiefen töten. Wegen mir. Habt ihr euch entschieden, den Auftrag anzunehmen? Ja. Ja, manche sagen ein schlechtes Omen. Ähm. Okay. Und das ist halt die Einzigen, wo das können. Okay. Ja, wir müssen das noch im Kampf wenden. Ähm. Ein Eisspein der Drache. Den gibt's noch. Der ist aber richtig kacke. Ja, auf Ebene 15. Den hab ich noch nie geschafft. Aber, mein Gott. Mach mal. Ich würd sagen, wir machen jetzt noch ne Sonderfolge. Weil wir halt noch drei Minuten von der Folge haben. Ähm. Und wir machen jetzt noch diese drei Aufträge, hätt ich gesagt. Wegen mir können wir mal runtergehen. Ja, ich will nicht runtergehen. So, dann schauen wir mal zur Radar. Weil die im Viefer machen. Ah, Mitglieder von Leilas, ich habe eure Berichte gelesen. Ich hätte nie gedacht, dass das überhaupt hinter so irgendwas wie den Yggdrasse-Projekt steckt. Ehrlich gesagt, finde ich das alles so unerhört, dass ich es noch kaum fassen kann. Aber es ist, wie es ist. Das Oberhauptswort, er ist tot. Ich werde mir viele Gedanken über Ytrias Zukunft machen müssen. Wir haben lange auf Leute von außen gebaut, die für uns das Labyrinth erkunden. Ah, was nun da das Mysterium gelöst ist? Mit diesem Aspekt müssen wir bedenken, wenn wir für die Zukunft planen. Aber lasst mich nicht aufhalten. Ihr habt die Sabyrinth noch viel zu entdecken. Es muss schließlich weitergehen. Nun, dann nehmt das als Dank, dass ihr die Wahrheit hinter das Oberhaupt aufgedichtet habt. Stadtmedaille. Das ist eine Medaille für Abenteuer, die Ebene 25 des Sabyrinths erreicht haben. Sie weiß, dass die Gilde Leilas die fähigsten Abenteuer von ganz Ehe, Ytrias B. her bleibt. Ihr dürft ihr Arbeiten hoch erobern, auch bis fortsetzen. Toll. So, Missionen? Okay, melden wir mal hier Dinge. Aber es fehlen nämlich, glaube ich, jetzt echt noch einiges. Würde ich fast sagen. Wohl. Schau mal. Ja, doch, da fehlen noch ein paar. Also ich würde schon sagen, dass da nochmal so 20 Gegner fehlen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, aber wie gesagt, abspannst du... Abspann, ich hätte jetzt gesagt, wir machen auf den B-Fan ab, weil wir so viel Zeit auf dieser scheiße Ebene gebracht haben. Aber deswegen, die machen wir noch so eine Folge von live. Genau. Wir machen jetzt noch den B-Fan. Und, ähm... Irgendwann hat es sich dann mit Adrenalinser. Gut. Nichtsdestotrotz, ähm... Warte mal, ich muss das ganze Scheiß noch verkaufen. Warte mal, wir müssen mal nach oben verkaufen, ja. Wir müssen das leicht verkaufen, irgendwas sauteures dann kaufen zu können. Ähm... Ja, aber wie gesagt, wir machen dieser Stein-Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer kleinen Sonderfolge von Adrenalinser. Das soll es dann aber gewesen sein. Bis dahin. Bye. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.